wir machen was uns ein bisschen gemütlich wird wie kassler nacken gebrutzelt und dann wird wissen was gegessen und getrunken das ist hier oben irgendwie hier ist es geht das gut alles klar mich würde mal interessieren ob die anderen gegner sich genauso ärgern wenn sie abgeballert werden oder so ja bestimmt das fickvieh dachte das wäre so flaches wasser aber mit der spitze in der sitze auf mich wurde geschlossen zweimal ist jetzt ja ich bin hier mal schnell weg und wieder was geschlagen von dem zombie von hinten ach so aber das ist hat sie dieselben dieselben auswirkungen also sieht auch so aus als wenn auf also ich habe nur diesen halten halb roten kreis gesehen und dann war bei mir gleich oh gott auf mich wird geschossen genau du hast es gott sei dank überlegt ja ich komme mal schnell zu dir ja geradeaus würde ich sagen genau und alles geht es dir wieder gut ja es geht wieder also ein ein bisschen kreislauf aber ansonsten alles gut ja zum schläge gehen ganz schön auf dem kreislauf ja aber sowas von gerade wie er ankam und darum getrommelt hat und man muss sich ja nur einmal umdrehen und sagen zack und hängen und fertig so laufen wir hier noch richtig ja ich glaube schon oder ja ich könnte auch schon wieder munitionskisten gebrauchen das ist auch echt ein segen wenn man da mal was findet auch hunde warte mal die knallig von erwarten von der fernab ja wir wissen die nicht wo man ist scheinbar dann danke da sind aber noch welche ich lade gerade nach ich auch ja ist ja geil dass er sich vor mir stellt und den mond anheult so darf kann auch kein hund sein hier muss noch einer sein glaube ich oder ich habe hier irgendwie war ich der meine ist noch einer schlicht da wird verbrannt oh das ist sogar hier in der nähe wir könnten ja mal hingucken ja weil ich echt munition gebrauchen könnte gucken wir mal vielleicht ist hier munition hier ist auch keine gucken wir mal ins haus ja gut sonst ist es war nicht so schlimm paar schuss habe ich ja noch das wurde auch schon gerätselt gelöst hier hier ist auch nichts vielleicht oben auch nicht wirklich und die bestimmt schon eingesammelt schießt du ja das war ich immer durchs fenster geklettert hier kannst du direkt durch springen musst du nicht schießen dann in richtung verbannung oder was ja warte mal ich gucke hier noch mal kurz wegen wegen munition und wir haben echt gut aufgeräumt hier ist keine munition ja richtung verbannung kümmer da wird auch schon ordentlich verbannt also geballert mhm au hunde vor uns oh ja auch scheiße nachladen kommen jetzt auf dich zu so alle drei platt ja okay wir können ja hier noch mal im schuppen gucken ob hier noch was ist an munition ich gehe schon mal gucken weil die sind schon bei 90 prozent ich mich schon mal ran mache hier die runde noch mal platt ich komme zu dir ich laufe ich laufe ich laufe schön ist ja dass man beim laufen nachladen kann das finde ich ist gut das stimmt ich glaube den kriegen wir nicht der ist weg da ist ein feuertyp vor dir ja oh alter ich treffe den überhaupt nicht ne ich auch nicht jetzt das hat aber gedauert eben der bis genau wussten die verbannung jetzt laufen schon da hinten ich glaube das macht auch keinen sinn den nachzudenken weil die die rennen direkt in richtung ausgang okay jetzt kann man ja das andere ding noch holen ja machen das hört sich gut an schlaufe gemeint der ja gehen wir mal hier lang ja gehen wir mal hier lang da ist der dicke dann will ich nicht hin der hat immer seine komischen Viecher damit noch ja hast du es gefunden ne ne ich gucke außen ne ah ja hier hier wieder hier unten oh 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 das ist ja das ist hier in der hütte drin ach in der hütte jajaja so können wir das ist nur pistolen munition die nimmt dann nicht was echt gewehr munition ist ja echt rar was meinst du gewähr munition sieht echt übel aus also schon öfter mal mehr gehabt das stimmt die richtung ach nee die ist ja schon verbannt wir müssen ja jetzt hier hier lang durch das wasser da werde ich nasser mal gucken ob wir diesmal erfolg haben oder ob wir drauf gehen ist bestimmt hier drin das könnte gemessert höhe das ist schon gefunden da war doch mal rechts rechts ach ich sehe es ist draußen aber hier unten ok sehr gut jo ok so in die richtung die wollen noch nicht raus ne die wollen wahrscheinlich sind gierig und wollen beide trophäen haben kannst ja nur einen mitnehmen ach ja ok das wäre denn ihr doof munition und ist ja um echt munition sehr rar gesät so den haben wir mal gemessert hier und das ist sehr gut was der wird auch schon verbannt oh scheiße ja die sind schon kräftig dabei die jungs ja da brauchen wir gar nicht hin ne wird links von uns verbannt naja gucken wir mal was da los ist ich lade nochmal alle meine knarren nach besser ist das das ist ja hier in diesem segelwerk oder was oh das ist gut ich habe dynamitstange da hat man da auch mal so ein geiles gefecht genau wo die oben am fenster waren ach warte mal da kann ich doch wieder das eine fass anschießen ja das könntest du tun gucken wo waren das hier oder war hier keins ich werfe mal eine dynamitstange oben rein beim hinteren haus glaube ich ja ja also ich glaube wenn du d drückst dann siehst du wo über welchem haus so dieser strudel ist der sieht bei mir so nach diesem hinteren aus ok oder was fragst du wo ist der strudel bei dir ja das kann schon sein genau da drinnen wo du jetzt rumläufst so rechts von dir glaube ich dann kann ich ja hier das fass anschießen munition das ist natürlich stimmt dass es scheint dass hier dieses hintere zu sein mal gucken ob sie jetzt die trophäen aufnehmen ich gehe mal die leute auch ich riskier es macht ja ich komme auch mal man stirbt ja nur einmal dann aber richtig nicht nicht mehr 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 Ah, ich seh dich Ich hör Leute laufen irgendwie Das ist ganz schlecht zu hören von wo die kommen Ja, das stimmt Ich latsche mal ein bisschen runter Und sterbe Ach, hier geht's gar nicht runter Wo geht's denn dann? Oh Ach, hier geht's Ach, irgendwie unten Ja, ich hab den anderen gehört Wie geht denn das? Warte mal kurz Ich hör den anderen Ich hör die labern Weiß bei dir aus Ja Scheiße, die sind glaube ich auf dem Dach Aber ich bin mir nicht sicher Ich hör die labern Ich hör die labern Ich hör die labern Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, er hat nicht vorgetrunken. Okay, ich bin tot. Ich helfe dir auf. Oder auch nicht. Er ist da unten am Häuschen. Also jetzt geradeaus unten. Oh, oh. Alter, gut. Mit Dynamitbündel. Hat er dich auch erwischt? Äh, ja, ja, du hast... Ich war ja tot. Ach so, ich dachte, ich hätte dich aufgehoben. Ja, ich bin tot.